Hallo Leute, hier kommen wir zu einem YouTube-Video. Ja, auf jeden Fall, ich möchte euch sagen, ich spiele Skate 3. Ja, und ich hoffe, ihr habt Spaß und abonniert mich. Hier bin ich auch schon. Ich muss mal kurz das mit der Kamera einstellen. Ja, ich hoffe, ihr seht es so. Oh, Mom. Also, ich zeige euch auch hier Glätsche, wie man ganz schnell macht, ganz schnell wird. Die sind nicht besonders schwer einglitscht, da muss man einfach R1 drücken und Dreieck bei einer Rampe. Ja, und dann wird er einfach komplett schnell und fliegt in der Luft halt quasi. Ja, also, ich hoffe, ihr abonniert meinen Bruder. Der hat auch einen YouTube-Kanal. Er wird vielleicht auch mal was sagen. Ja, mein YouTube-Kanal heißt Benni Demerzes. Ich hoffe, ihr abonniert ihn. Ich habe auch noch einen zweiten, der heißt Devi. Ja, also, ich hoffe, ihr seht es sehr, dass ihr ihn abonniert oder halt einen Daumen nach oben gebt. Dafür würde er sich vielleicht sehr freuen. Ja, also, ich hoffe, ihr genießt einfach das Video. Oh Mann, das ist echt knapp gewesen. Ja, ich hoffe, ihr seht es sehr gut. Ja, ich hoffe, ihr seht es sehr gut. Oh Mann, das wäre echt knapp. Leute, ich hoffe, ihr habt auch einen YouTube-Kanal oder es geht 3. Das wäre echt cool. Dann könnten wir zusammen spielen. Ja, also, was soll ich noch zu dem Video sagen? Also, abonniert auch hoffentlich Emrah. Er ist ein sehr cooler Spaßvogel. Macht coole Tricks. Hat, macht auch immer Witze. Und hat auch manchmal YouTuber in seinen Videos dabei. Ja, also, ich versuche jetzt mal was, das werde ich aber bestimmt nicht hinbekommen. Also, hoffentlich schreibt ihr in den Kommentaren, ähm, was Gutes und nicht so einen Blödsinn. Was ist das für eine Scheiße? Also, ich bin nicht ein ganz guter Spieler-Best-G3. Ich bin nicht schlecht. Ich bin nicht egal. Leute, ich mag auch Agaridus-Videos. Vielleicht irgendwann mal... Also würde ich mal sagen Tschüss.